Ich zeige euch jetzt ein ganz interessantes Teil, das wir zur eSport 2011 präsentieren. Das ist das Supergrip Haarscheißen. Das kannst du nämlich unabhängig von der Bindung, unabhängig vom Ski, unabhängig von der Steighilfe, die eingestellt ist, verwenden. Und vor allem, wenn ich in einem extrem steilen Gelände unterwegs bin oder wenn ich extrem eisige Verhältnisse habe, dann gebe ich mir das einfach unter den Ski. Das wird im vorderen Bereich der Bindung montiert, unter dem Vorderbocken gibst du das auf und dann bist du über jeden Zweifel erhaben. Das ist egal wie steil, egal wie eisig, du bist immer sehr sicher damit unterwegs.